Hallo, mein Name ist Daniel, ich bin Arzt, und in diesem Video werde ich Ihnen alles erzählen, was Sie über Vitabio ZYM wissen müssen. Ich werde Ihnen auch eine sehr wichtige Warnung geben, damit Sie Ihre Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, also achten Sie genau auf dieses Video und bleiben Sie bis zum Ende, damit Sie kein Detail verpassen. Sie fragen sich vielleicht, was Vitabio ZYM ist und ob es wirklich funktioniert, und die Antwort ist ja. Vitabiozymkapseln sind ein Nahrungsergänzungsmittel, das darauf abzielt, das Gleichgewicht des Mikrobioms wiederherzustellen und seine Zusammensetzung positiv zu verändern. Dies soll vor allem die Verdauung verbessern und Verdauungsbeschwerden lindern. Aber auch weitreichende Wirkungen auf den gesamten Körper lassen sich auf diese Weise erzielen, denn die Darmflora beeinflusst viele Bereiche der Gesundheit. Das Präparat besteht aus Probiotika, das heißt lebenden Bakterienstämmen, die sich im Darm ansiedeln sollen, und Verdauungsenzymmen. Es enthält insgesamt 50 Milliarden koloniebildende Einheiten, bestehend aus 24 verschiedenen Stämmen, und einen Verdauungsenzymkomplex aus 5 verschiedenen Enzymen. Vitabio ZYM wirkt auf den gesamten Organismus, indem es die Zusammensetzung der Darmflora verändert. Das bedeutet, dass sich bestimmte Bakterien im Darm des Verbrauchers ansiedeln bzw. ihre Anzahl zunimmt und andere Bakterien verdrängt werden bzw. ihre Anzahl abnimmt. Zu diesem Effekt sollen sowohl die Probiotika als auch die enthaltenen Verdauungsenzyme beitragen. Natürlich hilft Vitabio ZYM in erster Linie gegen Verdauungsprobleme wie Verstopfung oder Durchfall. Die Darmflora beeinflusst aber auch viele andere Bereiche, wie das Immunsystem, die seelische Verfassung, Hautkrankheiten, Asthma und möglicherweise sogar psychische Erkrankungen. Auch bei übergewichtigen Menschen finden sich häufig charakteristische Veränderungen der Darmflora, die zum Beispiel Heißhungerattacken auslösen können, und das Mikrobiom kann auch die sportliche Leistung beeinflussen. Da Vitabio ZYM zu den Bestsellern gehört, wird es von Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt verwendet, und niemand hat sich über Nebenwirkungen beschwert. Wenn Sie unter Sodbrennen, Dyspepsie, Verstopfung, Durchfall, Reflux und Gastritis leiden, nehmen Sie einfach eine Kapsel Vitabio ZYM pro Tag auf leeren Magen und mindestens 20 Minuten vor der ersten Mahlzeit ein. Es ist jedoch wichtig, dass Sie das Medikament täglich und regelmäßig einnehmen, und schon bald werden Sie einen gesünderen Darm, eine bessere allgemeine Gesundheit und eine bessere Lebensqualität haben. Die hohe Nachfrage nach diesem Produkt hat dazu geführt, dass viele Fälschungen aufgetaucht sind, aber das originale Vitabio ZYM wird nur auf der offiziellen Website verkauft, und gefälschte Produkte funktionieren nicht nur nicht und bringen Sie um Ihr Geld, sondern können auch Ihre Gesundheit gefährden. Um Ihnen zu helfen, habe ich den Link zur offiziellen Website in die Beschreibung dieses Videos eingefügt, so können Sie sicher sein, dass Sie das Originalprodukt erhalten. Wenn Sie auf den Link in der Beschreibung klicken, werden Sie zur offiziellen Website weitergeleitet und können Ihre Bestellung aufgeben. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Sie es kaufen sollen oder nicht, bietet Vitabio ZYM eine 30-tägige Geld-Zurück-Garantie. Wenn Sie das Produkt aus irgendeinem Grund nicht mögen, können Sie sich an den Support wenden und erhalten eine volle Rückerstattung. Aber beeilen Sie sich, Tausende von Menschen auf der ganzen Welt entdecken die erstaunliche Wirkung von Vitabio ZYM und bestellen bis zu drei Einheiten auf einmal. Um die Qualität des Produkts zu erhalten, werden nur 2000 Einheiten von Vitabio ZYM pro Jahr hergestellt. Das bedeutet, dass Ihnen Ihre ausgehen könnten, also beeilen Sie sich und kaufen Sie, bevor es ausläuft. Denken Sie daran, dass dieses Produkt nur auf der offiziellen Website verkauft wird und der Link zur offiziellen Website ist in der Beschreibung dieses Video. Ich hoffe, dass dieses Video hat Ihnen geholfen. Denn können Sie mit Gott sein. Bis bald. Bis bald. Bis bald.